Musik In Marokko wurde der Geburtstag des Propheten Mohammed überall feierlich begangen. Die Pracht des Orients und die Romantik der Wüste vereinen sich in malerischen Szenen. Im Rabat empfängt der Sultan von Marokko anlässlich des hohen Festtages die Huldigungen der Würdenträger. Ein Jahrhunderte altes und dennoch immer neu erregendes Schauspiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017